Hello friends, welcome to the next part. Können wir verkaufen. Oh kurz, wir machen hier noch... Wo ist es? Genau. Edelsteine einsetzen. Bestätigen. So, warte mal... Ah. Der haben wir jetzt nicht. Gib keinen Break. So, wir... Reiten zehnmal vor. Ich werde nämlich draußen schon wieder mit ein paar Grannys reden. Garnyo! 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 Stay back! Okay! Es ist halt die Frage, ob da schon jemand reinkommt. Puh, alter. Tschüss Granny. Wo, alter. Boah, alter, okay. Alter, ich könnte sich mal verpissen. Voment. Das ist ein Wettbewerb. Ist da im Haus drin? Nein. Alter, wofür habe ich das eigentlich? Ich knall sie mal hier rein. Dann kann sie die Tür aufmachen und dann schauen wir mal. Ich brauche Sie, es von der anderen Seite zu öffnen. Da muss ich mal eingehen. Ah, ok. Bergung zu Ort. Danke Prinzessin. Oh, was haben wir hier? Alles klar. Sonst haben wir hier nichts. So. Kommen die von da hinten, Alter? Was ist da oben halt aus? Hi, Kollege. Hör doch mal ein Reden, Alter. Wo ist denn der Bahnhof? Ach toll, das war richtig schlecht. Ok. Kann sein, dass sie auf dem Bahnhof da herumreden. Ok, jetzt nichts mehr. Da haben wir auch da alles. Ok. Puh, ok. Das ist gut. Ich bin für das. Okay. Kann das nicht. Es gibt uns nicht die Bedeutung, nicht die Bedeutung. Er ist das Gute, oder? Nein, hier steht auf. Der reikte. Ach, Rinderkopf ist wieder da. Toll. Na komm, Mann. Genau, Fred, halt ihn auf. Was? Alter, wir sind mit der Kuh los, ne? Der kommt jetzt durch. Ey, alter. Ich bin mal im Sack. Fred, beruhig dich. Ah, sorry. Der ist halt einfach durch die Bitte jetzt. Ich hab mal kurz Tschüss gesagt. Da gibt's nix. Okay. Ach, toll, das war richtig schlecht. Und jetzt müssen wir zu genau landen. Ach, okay. Ich sehe noch was. Ich glaube nicht. Warte mal, hier gibt's noch die in der Kiste, so. Waren wir da? Ah, ist der. Die gibt Pfeife. Ist hier sonst noch was? Ne. Okay. Wir haben nur große Munition. MP und Gewehr. Geil. Nix davon. Und ein paar Eier. Ach, Tschüsse. Da war das mit der Kollege auf und so. Es geht ab, Freund. Und dann ist alles für euch passiert. Ich bin mal hier drückt. Ich bin nicht nur der Mauer 퍼fe. Also bin ich nicht nur der Mauer und der Leiter. Ich bin nur der Mauerんでut. Und dann bin ich nicht nur der Mauer. Das hat es in der Mauer. jetzt kann man was verkaufen wahrscheinlich kann man doch darauf verkaufen aber ja die schraubflinther sein ist das was man haben kann ganz ehrlich also für große gegner wählen ist eigentlich schottkern echt brutal kann man bei ihnen auch aber ich werde hier den bart beenden und wir sehen uns beim nächsten mal ja was